Ja, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen mal wieder zu einem neuen Thementalk hier auf meinem Kanal. Ja, moin erst mal. Wir haben jetzt momentan halb sieben in der Früh, halb sieben, man kennt's halb sieben, halb sieben in der Früh und ich habe mir gedacht, ich will wieder ein bisschen produktiv sein und möchte wieder einen kleinen Thementalk aufnehmen. Ja, dadurch, dass es noch so früh am Morgen ist und ihr dann irgendwelche Vögel im Hintergrund zwitteln hört, das sind nur die Nachbarn, die Vögel. Nee, Spaß, beiseite. Ja, ist ja morgens in der Früh, da muss man ein bisschen produktiv sein. Heutiges Thema. Ich bin vor zwei, drei Wochen, drei, vier Wochen, sowas in dem Schnitt halt, auf ein Video gestoßen, beziehungsweise auf ein Reaction-Video von dem YouTuber und Streamer MontanaBlack. Man kennt ihn sicherlich. Und er hat auf ein Video reagiert, in dem ein 17-jähriges Mädel ein bisschen was von sich erzählt hat, sprich, dass sie schwanger ist und hat halt so ein paar Sachen erzählt. Ich kann mich an den Verlauf des Videos nicht mehr ganz so erinnern. Auf jeden Fall ging es halt ausschließlich darum, ja, wie sieht es eigentlich aus? Wer ist der Vater? Wie ist die Situation zwischen dem Vater und ihr? Und generell, wie will sie das regeln? Bekommt sie das Kind? Ja, nein. Also sowas wurde da ungefähr thematisiert. Das war quasi so ein Frage-Antwort-Video von ihrer Community. Auf jeden Fall hat Monte darauf reagiert, hat auch total vernünftig darauf reagiert. Finde ich auch total cool. Und ich wollte mich zu dem Thema auch mal ein bisschen äußern. Also zu diesem Thema 17 und schwanger. Nicht, weil das Thema kontrovers ist, weil man sich jetzt denken könnte, okay, gut, unter 18 sein oder generell noch relativ jung sein und dann schwanger sein. Ich glaube ja schon bei einem Kanal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Kanal heißt, Leeroy, glaube ich, der dann ein Video gemacht hat von wegen 14 und schwanger, wo er dann irgendwie ein Mädel interviewt hat, mehr oder minder, die dann erst 14 war. Und da ist es mit 17 zwar ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, kontrovers, aber halt doch schon so im Schnitt, unterm Strich, kann man sagen, gut, es ist ein kontroverses Thema. Es lohnt sich darüber zu reden. Allerdings will ich nicht darüber reden, weil es ein kontroverses Thema ist, sondern weil es unter diesem Video dann sehr, sehr viele Kommentare gab, die meiner Meinung nach, ja, so kontrovers sind tatsächlich, dass man darüber berichten sollte. Ja, also wie gesagt, mir geht es nicht inhaltlich um dieses Video oder um die Thematik, dass die Dame erst 17 war, sondern vielmehr um die Kommentare, die sie da teilweise bekommen hat. Ich möchte mich heute auf einen Kommentar fokussieren, so ein bisschen, der sich darauf bezieht, ja, wie kann sie in dem Alter bereit oder reif genug sein für ein Kind? Und deswegen steht ja auch hier im Titel, ist man mit 17 überhaupt reif genug oder beziehungsweise unreif? Ja, man weiß es ja nicht. Und hier stelle ich mir die Frage, ich habe mir jetzt ein paar Wochen Zeit gelassen für dieses Video hier, weil ich halt ein bisschen, ihr müsst euch so vorstellen bei einem Thementalk, ich schnappe irgendwo ein Thema auf und immer, wenn das Thema so ist, dass ich mir so denke, wow, krass, da muss ich jetzt unbedingt drüber reden, dann lasse ich diese Themen erst mal zwei bis drei Wochen stehen, meist aus Faulheit, so, weil ich nicht jeden Tag Bock habe, ein Video zu machen, zum einen das, ehrlich gesagt, und zum anderen halt einfach, weil ich gucken will, wie sich meine Meinung zu dem Thema verändert. Es gab schon sehr, sehr viele Themen, wo ich dann irgendwie in den ersten zwei, drei Tagen so dachte, ja, darüber will ich auf jeden Fall ein Video machen. Und dann ein paar Wochen später dachte ich so, ja gut, okay, scheiß einfach drauf, das Thema ist jetzt nicht so krass interessant, dass sich da meine Meinung dazu lohnen würde. Und bei diesem Thema dachte ich so, ich lasse mir auch wieder ein paar Wochen Zeit und thematisiere das Ganze einfach mal. Jetzt habe ich knapp fünf Minuten geredet und kam noch nicht zum Punkt, ist man mit 17 unreif für eine Schwangerschaft bzw. für ein Kind, nicht nur für die Schwangerschaft, sondern halt das, was nach der Schwangerschaft passiert, sprich, wenn das Kind dann tatsächlich auf der Welt ist. Ich habe lange über dieses Thema nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, ach so, abgesehen davon, dass jeder in dem Alter das für sich selbst wissen sollte, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich, was das Thema angeht, also das Kommentar bzw. die Art und Weise von solchen Kommentaren dazu, dass ich da auch nicht ganz unschuldig bin. Es gab in meiner jüngsten, na jüngsten eher nicht so, das ist auch wieder ein paar Jahre her, auf jeden Fall gab es früher in meiner Vergangenheit Tage, an denen ich auf Facebook vor allem und auch auf Twitter Postings geäußert habe bzw. eine Meinung geäußert habe von wegen, ja kennt ihr auch die Mädels, die mit 13, 14 schwanger sind und irgendwie dann irgendwie posten von wegen, ja ich bin total depressiv und habe schon die krassesten Sachen in meinem Leben erlebt. Kennt ihr auch diese Mädels, die sind so jung und denken wirklich, sie haben so gefühlt das Leben durchgespielt und sind noch wahrscheinlich grün hinter den Ohren? Und ich muss sagen, da war ich 20, 21, ja, das ist auch schon wieder drei, vier Jahre her, vier, fünf Jahre her, sorry, ich werde ja dieses Jahr auch schon 26, ja, 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 wie die Zeit verfliegt, ne. Was ich damit sagen will, ich hatte zu dem Zeitpunkt die Meinung, dass man, wenn man jünger ist, dass man sich da nicht wirklich auf diese, ja, Facetten des Lebens konzentrieren sollte, für die man halt einfach ein bisschen mehr Krebs braucht. Versteht mich nicht falsch, mich geht es normalerweise nichts an. Wenn ich aber in der heutigen Zeit, in der heutigen Jugend, in Anführungszeichen, ich habe jetzt keinen Bock, die Anführungszeichen zu machen, sag es aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, wenn die Jugend von heute, oder ein Teil der Jugend, man kann ja niemals pauschalisieren, der Meinung ist, sie sind dann irgendwie 13, 14, hatten da schon irgendwie Geschlechtsverkehr, was legitim ist, soll jeder machen, wie ihr denkt, und dann plötzlich ist die Person schwanger. So. Die Person ist noch total unreif, in Anführungszeichen, nicht unreif, im Sinne von dumm. Viele verwechseln das Wort unreif mit dumm, nicht dumm. Unreif im Sinne von, sie ist nicht bereit dazu. Ich muss ehrlich gestehen, man kann auch in diesem Punkt nicht pauschalisieren, aber als ich 13, 14 war, naja, ich war nicht bereit für irgendwas. Ich war weder bereit für eine Beziehung, noch für eine eigene Wohnung. Gut, für eine eigene Wohnung schon irgendwie so. Aber rein für das Zwischenmenschliche, ich war noch nicht bereit. Ich meine, ich gehe jetzt auf die 30 zu, so langsam, aber sicher, so langsam, aber sicher. Und ich wäre noch immer nicht bereit für ein Kind, beziehungsweise dafür Vater zu sein, oder generell Elternteil zu sein, weil ich es mir halt nicht vorstellen kann. Ich glaube, da wollte ich mal ein Video dazu machen, zu dem Thema, aber fand es nie wirklich so krass relevant, dass ich das dann irgendwie vorgezogen habe, tatsächlich. Auch wenn es mal wirklich nett wäre, darüber zu quatschen. Was ich damit sagen will, es gab Facetten in meinem Leben, in meiner Vergangenheit, wo ich genau solche Menschen immer darauf, wie sagt man dazu, ich habe sie darauf reduziert, von wegen, ja, die sind noch extrem jung, 13, 14, was haben die im Leben erreicht? Die haben doch gar keine Ahnung. Die sind noch in der Schule, sind noch unreif und verspielt. Wie gesagt, nicht böse, neben unreif im Sinne von, ja, sie haben noch vielleicht gar nicht die, die, die geistige Reife dazu. Und es waren halt meist, meiner Meinung nach, das, was ich so erlebt habe, in den schlechten Beispielen oder an schlechten Beispielen, sagen wir es mal so, das waren dann die Mädels, die dann das Kind ausgetragen haben, also sprich, die haben es halt dann bekommen. Der Vater war unbekannt, ja, weil die halt einfach mit drei, vier Typen in der Zeit geschlafen haben. Und die waren halt meist so, ja, nicht wirklich wissenshungrig, sprich, die haben sich nicht wirklich belesen oder versucht, ein bisschen Wissen anzueignen, egal in welcher Art und Weise, sondern haben sich den lieben langen Tag, grob gesagt und wirklich krass ausgedrückt, den ganzen Tag lang RTL reingezogen und sich so eine Musik reingezogen, von wegen, yo, ich eff deine Mutter und dies, das, jenes und das nicht gesehen und ich bin sowieso der Babo und dies, das. Das ist typische, äh, wie soll ich sagen, diese typische Rap, Deutschrap Musik, die aktuell relativ beliebt ist bei den Leuten. Ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, muss ja auch jeder für sich selbst wissen. Ich habe immer die schlechten Beispiele daraus gesehen. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei fast zehn Minuten und ich habe über das Thema so gut wie gar nicht geredet, aber ihr kennt mich ja mittlerweile seit vielen Jahren. Ich brauche immer so ein kleines bisschen so einen, ne, so einen Antrieb, so ein bisschen drumherum reden, dass ich so ein bisschen auf das eigentliche Thema komme, dass ich das besser thematisieren kann. Das Ding ist, ich habe sehr, sehr oft, wie gesagt, in meiner Vergangenheit Dinge gesagt, so die halt sehr, sehr herablassend und sehr, sehr klischeebäßig geklungen haben, also klischeebäßig im Sinne von, ja, die Jugend von heute sind sowieso alle unreif und dies, das. Ich habe halt sehr, sehr oft pauschalisiert. In diesem Video soll es aber nicht um eine 14-jährige Dame gehen, junges Mädel, whatever, die dann mit 14 schwanger ist und dann irgendwie total dieses Assi-Ding lebt und dann irgendwie ihr Leben lang vom Staat Kohle kassiert und dann irgendwie das Geld, das Kindergeld vom Kind irgendwie ausgibt für, ja, weiß ich nicht, ja, ich muss mir die Fingernägel machen lassen und muss dann shoppen gehen, dies, das. Es gibt halt leider in jeder Altersgruppe, sage ich jetzt mal, solche Negativbeispiele, die man auch thematisieren muss, aber man sollte halt niemals irgendwen pauschalisieren oder, ja, niemals jemanden pauschalisieren, sehr, sehr gutes Deutsch. Man sollte niemals eine Situation pauschalisieren, weil es halt nicht auf alle zutrifft, sagen wir jetzt mal so, weiß jeder normal denkende Mensch. Das Ding ist, und so langsam komme ich auf dieses Thema mit der 17-jährigen Dame. Ich habe Kommentare gelesen, ja, mit 17 bist du total unreif, dies, das jede ist. Und ich habe es eben schon gesagt, mit unreif meine ich jedenfalls nicht dumm, sondern eher so noch ein bisschen unerfahren. Und als ich dieses Video gesehen habe und auch diese Thematik so ein bisschen aufgenommen habe, ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich mir so die Frage selbst gestellt, du, ab wann ist man denn eigentlich reif für irgendwas? Kann man überhaupt jemals auf der Welt reif für irgendwas sein? Und die Antwort lautete, nein, kannst du nicht. Wisst ihr auch warum? Reife ist, Reife ist kein, wie soll ich sagen, Reife, ja, wie soll ich das formulieren? Reife ist nicht so eine Phase in deinem Leben, die du irgendwann erreichst, sowas wie ein Alter oder sowas, ja, dass du dann sagst, oh, jetzt bin ich 30, jetzt bin ich reich für die Scheiße. Also, reif wirst du, indem du unreif bist und ins kalte Wasser geschmissen wirst. Das hört sich ziemlich krass an. Kurze Side Story an dieser Stelle. Meine Mom hat mich, also meine Mutter hat mich mit 17, äh, mit 19 bekommen und hat gemeint, sie war irgendwie voll drin in dieser Phase so. Sie hat direkt irgendwie gewusst, was sie machen muss und war instinktiv dabei, alles Richtige zu tun. Das kann man so, auch wenn sie meine Mutter ist, nicht wirklich zu 100% sagen, denn keiner ist bereit am Anfang für irgendwas, denn wir werden nicht geboren und sind dann instant ready für alles. Wisst ihr, was ich meine? Das, äh, das auf was ich hinaus will, müsst ihr euch vorstellen. Du bist am Anfang unreif und du lernst daraus. Du lernst aus dieser Unreife. Dein unreifes Verhalten ist dein Lehrer in dem Moment. Wenn du beispielsweise, ich hatte damit nie wirklich krasse Probleme so, aber geh mal davon aus, du bist, ja, kurz vor 20 oder Anfang 20 hast deine erste eigene Wohnung und was das Thema Geld betrifft, bist du noch gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, du lebst oder du lebtest vorher zu Hause bei deinen Eltern, hast nicht wirklich Geld abgeben müssen, es war alles da, Kühlschrank war voll, Miete war bezahlt, Strom war bezahlt, Internet war immer bezahlt, konntest 24-7 gefühlt im Internet rumsitzen, es war immer bezahlt, Essen war da, Trinken war da, du hattest jederzeit, weiß ich nicht, im Winter warmes Wasser, du hattest alles Mögliche. Es wurde sich immer darum gekümmert. Und dann siehst du deine erste eigene Wohnung und denkst dir so, jo, okay, Miete zahlen, okay, ja, geht, Strom ein bisschen zahlen, jo, passt schon alles. Und dann hast du beispielsweise nur noch, keine Ahnung, 300 Euro übrig, was du halt für Lebensmittel und Co. ausgeben kannst. Und dann gehst du hin in der ersten Woche, gehst einkaufen und gibst dann 80 Euro beispielsweise aus. Da ist dann wirklich jeder Scheiß dabei. Schon was zu essen, ja, was Vernünftiges, was zum Kochen, weil du halt so denkst, oh ja, ich kann das alleine, dies, das. Aber auch sehr viel Schnickschnack, sprich sehr viele Süßwaren, sehr viele süße Getränke, vielleicht ein bisschen anderen Schnickschnack. Und dann in der zweiten Woche gehst du hin, gehst einkaufen, bist dann vielleicht bei 100 Euro, weil du dann irgendwie gedacht hast, oh ja, ich hol mal irgendwie, was weiß ich, ein paar Flaschen Wein, mach halt schön irgendwie ein Wochenende mit Feiern, Party und dies, das. In der dritten Woche gehst du dann hin, hast dann wieder irgendwie einen Betrag von 80 Euro. Wenn du vielleicht für 50 einkaufen gehst die Woche und die restlichen 30, benutzt du dann dafür, dass du unter der Woche noch ein bisschen was holst, vielleicht einen Döner, vielleicht zwei Döner, vielleicht eine Portion Pommes, vielleicht bestellst du auch irgendwas, eine Pizza oder zwei. Teure Getränke, gehst mal zum McDonald's, lässt da mal 20 Euro drin. Und dann, spätestens in der dritten Woche merkst du so, wait a minute, du gehst so auf dein Bankkonto, machst Online-Banking, siehst so, uff, noch 10 Euro auf der Bank. Und dann guckst du in deinen Geldbeutel und siehst da auch nur noch, oh, ich hab da ja gar nichts mehr drin. Und dann fängst du an, Pfannflaschen wegzuräumen. Und dann am Monatsende denkst du so, warte mal, scheiße, ich hab mein Internet nicht bezahlt, das ist ja auch noch fällig, 40 Euro oder 50, keine Ahnung. Und dann sitzt du da in der dritten Woche und denkst so, scheiße, wie kam es dazu? Diesen Fehler, also dann hast du ja dein Internet nicht bezahlt und wenn du keine Leute hast, die dir dann Geld leihen oder einfach keinen Bock haben, dir Geld zu leihen, weil es gibt viele Leute, die sind halt so, die verballern, monatlich, wirklich jeden Monat ihre Kohle und dann irgendwann nach dem dritten, vierten Mal haben die Leute, die sich Freunde nennen, also nicht die sich Freunde nennen, weil es jetzt ein Negativbeispiel ist, die halt deine Freunde sind, sagen wir es mal so, nicht die sich Freunde nennen. Das hört sich so an wie, ja, die sind nur die Pseudo-Freunde, sind aber nicht da im Regen, wenn man sie braucht beispielsweise, was das angeht. Also halt einfach Leute, die deine Freunde sind, die haben dann irgendwann die Nase voll, denken sich so, nö, ich geb der Person jetzt nichts, weil die Person vielleicht noch ein bisschen Schulden offen hat. Dann sitzt du da in der dritten Woche, frisst Nudeln mit Mayonnaise oder Ketchup und willst ins Internet gehen, aber hast halt einen scheiß Empfang. Also was heißt scheiß Empfang? Hast dann einfach eine scheiß Leitung, weil du halt das Internet nicht bezahlt hast und sich Vodafone, 1&1, Telecom, whatever, keine Ahnung, wie sie alle heißen, sich so denken, jo, der Kunde hat nicht bezahlt, drehen wir mal das Internet runter, drosseln wir das einfach mal. Dann sitzt du da, hast noch, keine Ahnung, 10 Tage vor dir bis zum nächsten Monat, bis du wieder Kohle hast, hast dann für die restlichen 10 Tage kein Geld mehr, Internet ist nicht bezahlt, bist da, bist ein bisschen deprimiert, denkst du so, scheiße, wie kam es dazu? Das passiert dir vielleicht einmal, vielleicht zweimal, vielleicht ein drittes Mal, vielleicht passiert es dir zehnmal und du fliegst dann aus deiner Wohnung, wirst obdachlos, musst dann irgendwie bei Freunden pennen, was nicht schön ist. Für mich persönlich wäre es wirklich nicht schön. Ich brauche meinen Rückzugsort, ich brauche meine eigenen vier Wände zum Videos machen, ich brauche generell meine Ruhe. Ich bin sowieso nicht so ein Menschenfreund diesbezüglich. Das Problem ist an dieser ganzen Sache nicht, also das Problem ist nicht, dass du diesen Fehler machst, weil das ist menschlich. Du bist halt noch unreif und unerfahren. So, aber irgendwann lernst du halt daraus. Und wenn sich ein Mädel, und so kommen wir schlussendlich auf dieses Thema zurück, es war halt quasi sowas wie ein Symbolbild, es ging nicht wirklich darum, dass die Person mit 17 schwanger ist und ich das gerne ansprechen wollen würde. Ich habe halt einfach versucht, dieses Wort unreif oder reife generell so ein bisschen zu thematisieren und fand halt dieses Thema vom Beispiel her eigentlich so am passendsten. Wenn du dann in diesem Alter schwanger bist und du bekommst das Kind, denkst dir halt so, ja, wird halt schon gut gehen irgendwie, keine Ahnung. Und wenn nicht, ja, keine Ahnung, der Staat ist ja finanziell für mich da und ich bekomme das halt hin. Und wenn ich mal feiern gehen will, ja gut, dann kümmert sich meine Mutter drum oder wer auch immer. Ich meine, ich war in so einer Situation noch nicht. Aber beispielsweise, du gehst davon aus, ja, es klappt halt eh alles gut. Und da kommst du zu dem Zeitpunkt, dass das Kind da ist, da ist halt einfach kein Vater, der sich um das Kind kümmert. Und du sitzt dann da und dann denkst du nur so, scheiße, es ist Wochenende. Meine Freunde gehen fort, also die gehen raus, machen Party, machen Disco oder gehen in die Disco, dies, das, trinken sich wirklich voll, lassen sich zulaufen. Und was mache ich? Ich sitze zu Hause rum mit einem Kind, was halt durchgehend weint. Ich weiß nicht warum. Was soll ich jetzt tun? Du bist total verzweifelt. So, nennt man das Schwäche? Nee. Du bist halt einfach unerfahren und hast es noch nicht erlebt. Du musst da erst reinkommen. Wenn man mich fragen würde, Empty, ab wann wird man reif im Leben? Oder ab wann erreicht man reife im Leben? Reife, ja, reif wird man, wenn man Dinge meistert. Das ist reife für mich. Ich meine, gut, es gibt noch diese geistige Reife im Sinne von, bist du halt geistig bereit dazu, also nicht jetzt im Sinne von, dass du Fehler gemacht hast und diese wieder gut machen willst. Das ist jetzt nicht. Sondern es gibt ja auch beispielsweise, ja, wie soll ich sagen? Es gibt ja viele Themen, wo die Eltern uns damals gesagt haben, ja, nee, da bist du noch gar nicht alt genug für. Das sage ich dir dann, wenn du irgendwann mal älter bist und dann bist du irgendwann älter bis zu Mitte 20. Das Thema kommt mal ganz spontan wieder auf. Du fragst halt wieder nach und dann, ach ja, das Thema ist doch einfach, ja, weiß ich nicht. Das wirst du halt schon irgendwann selbst erfahren, wenn du Kinder hast, eigene, wenn du irgendwann mal geheiratet hast, wenn du irgendwann mal dies und das und jenes erlebt hast und im ersten Moment denkst du so, scheiße, die haben mich die ganzen Jahre hingehalten mit dieser Frage und trotzdem geben sie mir auch jetzt keine Antwort, obwohl ich schon lange, lange erwachsen bin, gefühlt. Und im Endeffekt, wenn du mal darüber nachdenkst, kommt dir so in den Sinn? Ey, eigentlich hatten die recht, so jede Erfahrung, die du halt sammelst, aus der lernst du halt einfach, ob es jetzt eine negative Erfahrung ist oder eine positive Erfahrung. Du lernst und wächst halt daran. Und abschließend, was ich zu diesem Thema hier zu sagen habe, sollte jetzt das Thema, warte mal, ist der Titel eigentlich irreführend? Eigentlich nicht, denn es ging ja um dieses Thema. Es ging ja darum, dass man mit 17, also wie die Leute es so genannt haben, angeblich unreif ist oder nicht reif genug für ein Kind. Ich glaube, jeder, der in so einer Situation ist, kann erst dann behaupten, hey, ich war reif genug oder habe es gemeistert, wenn die krasse Zeit um ist. Und ich glaube, jede Mutter da draußen, das kommt mir ziemlich suspekt vor, wenn ich das sage, weil ich kenne mich null mit Kindern aus. Ich bin kein Vater, ich habe keine Kinder und dies, das. Aber ich glaube, und das ist eine Schätzung tatsächlich, nimmst du mir nicht böse, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, jede Mutter da draußen oder jedes Elternteil, der dann ein Kind hatte oder dann, wo dann ein Kind auf der Welt war, wo die Elternteile maximal Anfang 20 waren oder sowas. Jeder von denen kam sicherlich irgendwann zu einem Zeitpunkt an so eine Phase, wo er sich so gedacht hat, oh, fuck, kacke, hätte ich es mir doch anders überlegt. Mir fehlt das Feiern gehen, das Saufen gehen, das mit Freunden chillen, das die Nächte durchmachen und zocken. Mir fehlt das alles und, boah, fuck, stresst mich das ab, wenn das Kind weint und ich weiß einfach nicht, was los ist und so. Und irgendwann kommst du so auf die Idee, warte mal, das Kind schreit, weil es Bauchweh hat. Ein Tee kann helfen. Irgendwann kommst du so auf die Idee, okay, das schreit. Warum? Keine Ahnung, vielleicht hat es eine Entzündung irgendwo am Körper. Oder hat Fieber oder irgendwas dergleichen. Und irgendwann kommst du so zu einem Alter und so hat es halt auch meine Mutter mir erzählt, was mich so ein bisschen dazu gebracht hat, dieses Video hier zu machen. Mehr oder weniger. Irgendwann kommst du so zu einem Alter, wie gesagt, meinem Arm hat es mir so erzählt, wo du dann die ganze Scheiße gemeistert hast. Das Kind schreit nicht mehr, das Kind ist mittlerweile älter geworden, geht zur Schule, kommt einigermaßen klar. Und du kannst dann wieder anfangen, ein bisschen rauszugehen, dich wieder ein bisschen auszuleben, dies, das. Und dann kommen die nächsten Probleme. Das Kind ist dann alt genug, geht in die Schule, hat dort vielleicht mit Mobbing zu tun. Vielleicht hat die ersten Freunde die ersten Entwicklungen, sprich das erste Mal Rapmusik gehört, als Beispiel jetzt, als krasses Beispiel. Irgendwann kommt es dann in die Pubertät, hat dann Probleme in Beziehungen, verliebt sich zum ersten Mal, das erste Mal Kummer, vielleicht das erste Mal Drogen nehmen, das erste Mal Alkohol, vielleicht zum ersten Mal Schulschwänzen. Und als Elternteil kommst du dann irgendwann eines Tages, wenn das alles vorbei ist und das Kind wohnt dann alleine, kommt man dann als Elternteil, und es ist noch immer weird und total suspekt, dass ich als Nicht-Elternteil darüber reden kann, beziehungsweise mir es so vorstellen kann. Irgendwann kommst du halt zu einem Zeitpunkt, wo du dann alt genug bist, also wo das Kind dann im Prinzip alt genug ist, und du fragst dann die Mutter oder deinen Vater so, ja, war es eigentlich schlimm mit mir? Und dann kommt halt dieses, das muss ich dir vorstellen, dann symbolisch gesehen dieses fette, fette Fotoalbum raus, boff, was ist so, dass der Nachbar unten drunter so meint, oh scheiße, der Typ, der über 100 Kilo wiegt, der hat irgendwie, weiß ich nicht, hat sich jetzt fallen lassen, so fett ist dieses Fotobuch, dieses Fotoalbum, symbolisch gesehen halt, wird's rausgelegt und dann wird aufgeklappt, jo, guck mal, da warst du eine Woche alt, guck mal, da hast du einfach rumgeschrien, guck mal, da hast du ausgesehen wie ein Arschloch. Gut, welcher Elternteil sagt sowas eigentlich, keine Ahnung, kann mir jetzt ohne einen Sinn. Ich glaube, wenn ich ein Kind hätte und das Kind dann irgendwann erwachsen ist, würde ich dann bei einem Bild irgendwie sagen, guck mal, sah es aus wie ein kleiner Gollum. Nein, würde ich nicht machen. Irgendwie, ich weiß nicht, viele Babys sehen irgendwie so komisch aus, ich habe auch komisch ausgesehen als Baby. Wieso, weiß ich nicht, wie so ein Monster halt einfach, wie so ein Lebewesen, was halt total so ganz normal aussieht, so und dann, wenn es halt losschreit, denkst du und dann so, nein, hör auf damit, wirklich, der Herr ist nicht, der Herr, du machst den Herrn nervös, weißt du, wo du wirklich so machst, so gefühlt. Ja, ich denke mal wirklich, wenn man zu dem Alter kommt, dass man dann sagt, okay, gut, die Phase ist um, dass man dann zurückblicken kann und sagen kann, du, ich war nicht immer reif dafür, aber es kam mit der Erfahrung und das ist so mein Schlusswort zu diesem Video hier. Unreif. Ist ein Mensch nicht unreif mit 14, um schwanger zu sein? Oder mit 17? Nein, du kannst es nie pauschalisieren. Es gibt heutzutage beispielsweise Eltern, also die Eltern werden, die sind dann irgendwie 30 und werden Eltern und die sind dann total unerfahren. Wäre bei mir zum Beispiel der Fall, ich wäre total unerfahren. Ich müsste 10.000 Mal meine Mutter anrufen, müsste sagen, du, das Baby weint aus irgendeinem Grund, I don't know, keine Ahnung, hilf mir mal bitte, obwohl ich dann vielleicht 30 bin oder so. Wisst ihr, was ich meine? Man wächst halt an sowas. Ich werde das Video hier damit abschließen mit den Worten. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, dann ab damit in die Kommentare. Folgt mir gerne auf Twitter, Instagram und Co. Facebook habe ich auch den alten Schinken. Und ganz, ganz wichtig, schaut mal in die Videobeschreibung. Ihr könnt mich gerne auf Discord ändern. Genauso könnt ihr gerne unserem Discord-Server namens die Trostlosen folgen. Da geht ab und zu ein bisschen was ab. Man unterhält sich nett über Sachen. Da gibt es Memes, da gibt es Musikvorschläge, da gibt es einen Channel für Serien- und Filmtalks, da gibt es auch einen Werberaum, also YouTuber unter euch, die gerne mal ein bisschen Werbung machen wollen, so in engeren Kreisen. Da gibt es dann auch natürlich eine Kategorie, wo man seinen Link reinstellen kann und sagen kann, jo, schaut mal rein, dies, das, jenes. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da dazukommt. Ist eine sehr, sehr kleine, nette Gruppierung. Die Trostlosen halt. Und da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn noch nicht getan. Und da bin ich gespannt auf das nächste Thema, was ich dann für euch habe. Ich bin wirklich gespannt so auf eure Meinung, denn dieses Thema ist tatsächlich so ein Thema, wo ich sage, wow, da würden mich wirklich andere Kommentare so richtig interessieren, weil da gehen Meinungen sicherlich auseinander. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Da bedanke ich mich auf jeden Fall. Thank you for watching. Und bis zum nächsten Video, was auch immer ich machen werde. Macht sich gut, macht es besser und ganz wichtig, bleibt am Leben, meine Freunde. Vor allem in dieser heftigen Zeit momentan. Bis dann und ciao.